Danke, 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 danke. Ich bin wieder da. Moin, ihr Ballgelooten und herzlich willkommen zum kleinen Status-Update vom 28. September 2016. Ja, ihr seht, es sind Dinge geschehen. Also, zuallererst, ihr wisst, die Wasserkühlung war durch, Wasserkühlung ist wieder heile. Ich habe mit meinem besten Freund eine Stunde gebraucht, um das Case von dem Rechner zu öffnen und fünf Minuten, um den Scheiß auszubauen. Dann kam nach knapp einer Woche Verspätung endlich diese fucking neue Wasserkühlung an. Was aber sehr cool ist, das ist die neue Version davon, die H100i V2. Also eigentlich eine etwas aufgemot... nein, nicht aufgemotztere, aber optimiertere, bessere. Naja, gut. Das hat dann über eine Stunde gedauert, die einzubauen, aber nur fünf Minuten, um da nur noch den Scheiß hier irgendwie zuzumachen. Mein Haar, meine Haare sind Haare. So. Ich bin ja erstmal wieder ganz gespannt hier. Ich bin jetzt schon total wieder raus aus dem Thema. Irre ist das. Naja, auf jeden Fall. Lasst mir bitte die Zeit zum Vorbereiten und zum Aufnehmen. Diese Woche wird nichts kommen. Ich werde jetzt stöhnen. Ich habe mich schön eingedeckt. Mit weißem KitKat, weißem Twix und natürlich auch, da wird Ranzrate sich angesprochen für den weißen Snackers of the Doom. Diese Woche werde ich Info produzieren und aufnehmen und so ein bisschen die Zeit wieder aufholen. Und nächste Woche sehen wir uns dann wieder. Mit den nächsten Videos. Kurz, diese Woche nix. Nächste Woche kommen wieder Videos. Kleines Statusupdate. Wir sehen uns nächste Woche. Vielen lieben Dank fürs Zusehen. Winke, winke, ciao. Und tschüss. Danke, 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 danke.